Was geht Leute? Mein Name Leute, Danny Willkommen back zum Akinator Ja, Akinator Ich freue mich wieder back zu sein, es ist schon lange her Ich habe damals aber mehrere Videos zu dem Typen gemacht Wer ihn nicht kennt, das ist der Akinator Er weiß einfach alles Also ich habe deswegen Personen ausgewählt Die Ich habe drei Personen mir ausgewählt Ob wir drei schaffen, ich weiß es nicht Aber zwei davon sind sehr schwer Der eine ist mittelschwer Und deswegen, ich sage euch nicht, welche Person das ist, aber mal sehen, ob er ihn erraten wird Mal sehen, ob ihr es erratet vor ihm Ihr könnt es in die Kommentare schreiben Oder mir auch in die Kommentare schreiben, nach was ich suchen soll Ich werde versuchen, ihn zu schlagen Indem er nicht erfährt, welche Person ich suche Aber Ich muss alle Fragen richtig beantworten Sonst zählt das nicht, okay Ist deine Figur weiblich? Nein, ist sie nicht Kommt deine Figur aus Deutschland? Ja Wird deine Figur durch YouTube bekannt? Ja So bekannt jetzt nicht, aber schon Also, ja Nein, nicht mehr Waddle 2 Hat deine Figur etwas mit Spielen zu tun? Ja Hat deine Figur? Nein Nicht über 100 Millionen Abonnenten Auch kein Call of Duty Auch nichts mit FIFA zu tun Auch nichts mit Minecraft zu tun Äh, auch nichts mit Color Strike Auch nichts mit League of Legends Hat deine Figur etwas mit Nintendo zu tun? Nein Äh, ja, ist es ein Player Trägt deine Figur ein Bart? Nee, nicht wirklich Lädt deine Figur noch bei ihrer Mama? Ja Nein, keine Brille GTA 5 Let's Plays? Nope Ähm, weiß man, wie deine Figur aussieht? Ja Also, das fragt er wegen der Webcam wahrscheinlich Schaut deine Figur aus dem Internet? Ja Nein, 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 nein Ja Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann Egal Ähm Nein Das ist Boyfriends What the fuck? Äh, befasst sich deine Figur mit Anime? Ähm Ähm Weiß nicht Das nicht unbedingt Äh, hat deine Figur ein blondes Haar? Nein Äh, nein, auch nicht in Berlin Ist deine Figur ein Eishockey-Spieler? Auch nicht Äh, Pokémon? Nein Wer ist es? Äh, ich habe ihn besiegt Oh mein Gott Ich habe den Akinato geschlagen Ja Er lag falsch Du Loser Ich habe meinen Kumpel ausgewählt Snaily Snails Also, ähm Der, mit dem ich Videos gemacht habe Äh, oder Videos mache Also Mein Kumpel, also Real-Life-Freund Und er lag falsch Hättet ihr das gewusst? Snaily Snails ist ein Kumpel von Danny Justin Und schwarz Er macht lustige Videos auf YouTube Hahaha Okay Bravo, sie haben mir eine Folge gestellt Das ist richtig, du Bitch Okay, ich habe wieder eine Person Die ist einfacher Ähm Aber Ja Die ist eigentlich ziemlich einfach Also Mal sehen, ob er sie findet Müsste eigentlich finden Ist deine Figur weiblich? Nein Äh, by the way Ihr könnt auch raten dann, ne Lebt deine Figur in Europa? Ja Äh, ja YouTube? Ja Er spielt Minecraft? Ähm Eigentlich Nicht so langes Haar Muss ich sagen Äh Lebt deine Figur mit einer Berühmtheit zusammen? Ja Mit einer Berühmtheit Ja Lebt deine Figur im YouTuber Haus? Ähm Nein YouTuber Haus? Keine Ahnung Ähm Bei Minecraft Mark? Nein Äh, auch keine 1 Million Abonnenten? Ja War so zweiter Spiel Damit bin ich mir ziemlich sicher Äh, ja Minecraft Esperado Macht er auch mit Äh, spielt deine Figur bei Law and Order mit? Nein Er ist kein Schauspieler Ist deine Figur ein Leser? Nein Hat deine Figur etwas mit High Five Nights at Freddy's zu tun? Auch nicht Trägt deine Figur ein Bart? Ja Ja Hat er keine Glatze Spielt deine Figur bei Greg's Tagebuch mit? Weiß nicht Keine Ahnung Hat deine Figur etwas mit Panda-Besern zu tun? Nein Oh nein Oh nein Ich wollte nicht Okay Ah Okay, das muss Okay, egal Äh, verbessern? Ah, yeah Verbessern Ja Ich kann es verbessern Das war damals ich da Äh, Panda-Bär Nein Ähm Nein Nächste Meinung nach Isaacs Aber meine Nase ist immer noch voll Ich bin immer noch krank, leider Ähm Ja Er hat bei War 2 mitgespielt Nein Er war noch nicht verheiratet Er ist noch zu jung dafür Ist deine Figur grün? Nein Äh Bei Hero mit Weiß nicht Das war damals Keine Ahnung Trägt deine Figur gerne Coca-Cola Alter Ja Kann sein Keine Ahnung Ich weiß nicht Ist deine Figur Mitglied bei die coolen Kids? Nein Ja Alter Alter Ja Okay Ich habe zum Schluss noch einen Ausgesucht Er ist Bisschen schwerer Aber es ist trotzdem Ganz witzig Ist deine Figur weiblich? Äh, ich weiß nicht Das weiß ich nicht Äh, ich weiß Wie komisch Aber ich weiß es wirklich nicht Äh, ist deine Figur ein Mensch? Nein Hat deine Figur Arme? Ja Ist deine Figur gelb? Nein Figurkämpfe? Ja Macht sie Ist deine Figur Nein Was ist das? Mann, woher weiß er das? Alter, wieso fragt er da Pokémon? Und ich sag Digimon Mann Ja Ja Nein Er hat auch keine Flügel Ja Mag deine Figur das Wasser? Nein Verbindest deine Figur mit Essen, Nahrung Ist deine Figur seit kurzem bekannt? Nein Nein Auch nicht los Ja Fuck Okay Ich werde mich gefreut Dass wir ihn stehen lassen Das ist so ein Arschloch Aber Wir haben ihn einmal Bekommen Wir haben einmal an BN bekommen Also Äh, ja So schlecht war es jetzt nicht Aber ja Ich war das Video voll, dass wir euch stehen Also vielen Dank, weil ihr euch zu Ende schauen Wenn es euch gefallen hat Und zeigt wie Badass Ihr seid und leckt dieses Video Schaut auf meinen Kanal vorbei Mehr Videos, die ich bloß hier habe Oder wenn ihr jetzt Und man sagt Ich werde nicht mit dich Im nächsten Video wiedersehen Dann sag ich immer nur noch 3, 2, 1 Schaut Achtung Dieses Video enthält sexuellen Content Ihr werdet Frauen in verschwitzenden Yoga-Pans sehen Und ihren Nüppel Wenn ihr unter 18 seid Klickt weg vom Video Oder macht es einfach heimlich Aber schaut es nicht mit euren Eltern Danke Danke